Wieder in Hofbach auf den Backen. Herzlich willkommen im Stahlverleger. Gerichtsklasse 80 Kilogramm, Daniel Pell, ASV Schondorf-Württemberg gegen Landeslag-Bankowski, ASV KCV-Rheinland. Kampfrichter Frau Grasruck, Markenpräsident Herr Vollmer und Vogtrichter Herr Bolldorf. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Herzlichen Dank. So, wir haben den 80-Spieler, der auch entscheidend war in der Erzählung Platz 1 und 2. Dann den Deutschen Meister, der Rügel, den roten Mikro, Daniel Keil vom ASV-Sommer-Fürttemberg. Wir sagen gegen Ladis Haspatowski von ASV-Kardauser. Die volle Foto-Marie springt auch, dass er wieder die Tür auskriegt. Die Tür hat die Tür auskriegt. Die Tür hat die Tür auskriegt, dass er die anderen hat. Die Tür hat die Tür auskriegt, dass er die Tür auskriegt. Die Tür hat die Tür notiert. Die Tür ist der Rügel. Zweue Siege, es gibt die Tür ein, sieben Medaille für Ladis Haspatowski im Rheinland. Dritter Sieger, Bronze-Medaille für Maxim Buchner vom KSK Neuss Nordrhein-Westfalen. Und vierter Sieger, Dennis Piepsch von der ASV Hüttichweide in Zerrat. Die Programme wurden gestiftet vom Autohaus Spilch im Rüstbach-Brennen-Überreich durch den Bürgermeister Deckmein, Markgemeiner Rüstbach, Herrn Baumann und vom Bärmschlauch-Kreispräsident Alexander Alexander Kronen und Günter Jahn. Die Uhr, wie gesagt, das ist ein praktischer Leib-Sahiner, nicht? Vielen Dank. Vielen Dank.